Knoten rein. Und das bringt mir... Achso, Quarantäne ist. Tür zu, natürlich. Ich war Gas. So, da hinschieben und dann drücken wir genau... Keine Ahnung, welchen Knopf. Nehmen wir? Ey. Da ist noch irgendwo eins. Ich weiß das genau. Da, da war's. Da war's. Ich hab's. Ich seh' nicht. Da ist noch irgendwo eins. Ja, das war verfehlt. Kommt. Naja, komm her. So, und du auch noch. Bin heute in Ausgeberlaune. Kommt. Quarantäne aufgehoben. Sehr schön. Bin begeistert. Danke. Dann kann ich ja endlich mal mein Loot holen. Weh, das war jetzt kein Loot. Doch, das ist ein Loot. Oh ja. So much loot. Und so wenig Dinger kann ich mitnehmen. Das geht nicht. Sonst irgendwas? Ne. Gar nichts. Äh, ich bin so voll. Kann doch nicht sein. Kann ich das nachladen? Vielleicht. Ja, das kann ich nachladen. Kann ich sonst was? Das nachladen? Das kann ich nicht laden. Das kann ich noch machen. Aber dafür ist keine Munition hier. Gut, dann brauchst du es heute schon. Nein. Nicht so viel genug, weil ich zu rücklassen muss. Ah, das tut mir in der Seele weh. Gehen wir mal jetzt rechts rum. Gehen wir mal jetzt auf. Gehen wir mal jetzt auf. Jetzt kann ich mich mal rüberholen. Echt rüberholen habe ich gesagt. Gehen wir mal rüberholen. So. Und schließen wir schon. Nimm uns betätigen. Die eine geht zu. Die andere geht. Und, muss ich nochmal aktivieren? Die andere geht auf. Die andere geht auf. Die andere geht auf. Auf. Ja, im Betrieb. Dann mach mal auf. Das hört sich doch schon wieder ganz gut an. Oh, ich hasse die. Guck mal. Verkackten Tücher. Ähm. Was steht da? Gravitationskern. Einmal da hin. Einmal da hin. Aua. Einmal da hin. Das war jetzt ein großer Fehler. Kann ich mal aufmachen. Einmal da hin. Ich mag diese Tücher nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube schon. Ja. Die sind so nervig. Ja, doch. Und so viele. Ja, bewegt dir doch mal. Kött Maus. Ja, Aua. Schmerzen, danke. Aua, Schmerzen. Aua, Schmerzen. Aua, Schmerzen. Aua, Schmerzen. Das kann ich nicht wahr sein. Sterb doch mal. Oder drüben das gleiche. Sterben. Sterben. doch mal. Einfach. Alter. Das war doch hier wahnsinnig. Okay. Nachladen, bitte. Wir haben keine Munition. Das ist so verschwenderisch. Okay, dann halt so. Okay. Oh, oh. Das sind noch mehr. Ich weiß, das soll noch nicht machen. Und das sind immer noch mehr. Dich zum Beispiel. Und genau dich. Mach' ich auch. Kommt. Bruder aus. Da sind noch immer mehr. Genau die vorne. Wasser geht endlich. Ja, toll. Ich hasse diese Teile. Wie die Pest. Ich mag da noch nicht durch. Äh, ich möchte erst noch da rein. Ne? Wird da rein? Nee, ich glaube nicht. Möchte ich speichern? Brückensteuerung. Fehlfunktionen der Brücke. Okay, dann. Dann gehe ich auch mal da looten und gehe dann speichern. Okay, doch. Das ist ganz so zu eigentlich. Ah, warum habe ich eigentlich gerade heute damit angefangen? Mehr aufnahme. Das ist so unglaublich ätzend, Karl. Das ist ein Uhr morgens. Ja, das ist nicht schon Montag. Und eigentlich müsste ich um schätzungsweise acht dann mal aufstehen. Und wir haben jetzt schon halb zwei. Und ja, wenn er jetzt keine Freistellte wäre, dann wäre das natürlich ein Problem. Aber, weil dann müsste ich um sechs Uhr etwas ausstehen. Aber das ist ja nicht unbedingt der Fall, deswegen geht das halt nochmal, da kann man dafür kaufen. Und wenn ich... Ich glaube, kann man später noch holen. Geht rot. Sterben, danke. Nachladen, wo nachladen geht, da muss ich nicht. Da muss ich auch nicht. Da kann ich nachladen jetzt. Okay. Tritt Schwerelosigkeit. Ja. Nein, ach, halt falsch. Ach, halt falsch. Warte, das. Credits. Und ich muss jetzt hier runterlaufen. Sagenhaft. Bleib stehen. Nein. Ey, ich bin so froh, dass ich den Plasma-Cutter verbessert habe. Hier die Packs. Fünf Stück noch. Eins hab ich mal rein. Na komm, da durch. Reggie? Ich bin so froh, dass ich den Plasma-Cutter verbessert habe. Das ist einfach nur hammergeil. Noch irgendwelche... ...viecher, die mir meinen Weg... ...kreuzen wollen. Nein? Okay. Dann bin ich zufrieden. Da, da geht's. Und da ist Loot. Äh, da ist Loot. Stayspack, keine Ahnung, wofür. Da ist auch noch nochmal Stays-Station. Na komm, geh auf. Na mal dat. Nein, dat will ich noch nicht. Lass mal dat da. Na komm, nimm es dir. Isaac, nimm's. Isaac, du sollst das nehmen. Ah, Isaac. Danke. So, dann... Äh, nee. Dann... Klick. Das klingt nicht gut. Nein, ich wundere. Und praktisch ist es auch nicht gut. Oh, das ist ein Piste. Okay, ich seh schon, wo der Hase hingeführt. Indem wir nämlich das jetzt des Desen. Und einmal schön durchrein. Durchrein. Jo, genau so. Ich lass mal mal kaputt. Hier ist unten viel. Ah, da. Oh, ich muss dich erstmal suchen. So. Ey. Oh, ich hab dir nichts. Wir haben... Ey. Was macht das denn? Ah, Alter. Du musst mich verarschen. Oh, jetzt lass mal reise. Wo ist das denn? Ich sterb, Baby. So. Wo ist jetzt mein Loot? Da ganz hinten. Nicht das Bein. Wo ist jetzt das Loot? Ah, ich will einfach hier raus. Einfach raus, dass ich ein scheiß Müllschacht. Stay's dead. Stay's dead. Oh, falsch, dass du. Stay's dead. Jetzt warten. Reinen. Alter. Alter. Einmal hier durch. Dann einmal hier durch. Und einmal da rauf, da rauf, da rauf, da rauf. Kann man da einfach hochlaufen? Nee, ne? Irgendwie nicht so wirklich. Ja. Äh, wo rum ist jetzt... Ach, ne, hier. Ah, okay, doch. So rum ist richtig. Großes Midi-Pack sogar. So cool. Ja, der Hammer. Der Dash-Werelosigkeit. Gut, dann Tür auf, Marco durch. Hallo? Was geht denn mit dir? Und da geht er zum Boden. Nummer zweimal hinten rauf. Einmal für die Seite. Nein, er lebt noch. Dein Eisweg. Nicht in seinen Armen. Und auch nicht mit seinem Arm. Oh, dann hin. Okay. Sert nach. Was ist das? Nein, immer noch nicht. Ah, komm schon. Ich kann auch nicht mehr Static. Moment, da ist doch so eine... Ja, war doch irgendwo... Ist doch einer da. Oh, hier ist ein Midi-Pack. Cool, die Kutski. So, wo ist er hin? Oh ja. Und dafür habe ich jetzt zweimal Static benutzt. Dreimal. Really? Kann ich die Stationen wenigstens nochmal benutzen? Nein, natürlich nicht. Fretze, dich hat keiner gefragt. Ja, man merkt, ich habe gute Laune. Ist das nicht toll? Wir nähern uns dem Ende dieses Spiel. Und eigentlich sollte mir alles jetzt langsam klar sein, aber irgendwie ist das gar nichts. Oh, naja. Da, du euch. Nein, was tust du da? Isaac. Ach, Speicher. Irgendwie bin ich... Jedes Mal, wenn ich Isaac sage, muss ich sofort an und beiden den auf Isaac denken. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up, above the world, so high, like a diamond in the sky. Amen. Ich aposte! Ich bin Gott. Ich bin Gott. moet ich auch fragen.